Ich fuhl mir mitten ins Gesicht. Ja. Jemandem ins Gesicht zu furzen ist eigentlich nicht richtig. Das geht klar, Digga. Der hat wohl spät. Maximal lost und so ne dumme Sau snipe mich. Meine Fränz... Ich bin mit dem Fränzbo weggeflogen. Mann. Ich bin mit dem Fränzbo, ich bin mit dem Fränzbo. Die Männer lieben das. Die Männer will das mehr lieben, wie dieser, nirgends? Ja. Was soll er sagen? Wenn du nicht marriert wärst, würdest du ihn? Würdest du sein Schaefer sein sein? Ja. Wirst du? everybody make some tiktok auf 180 ich schwör wanna ihr beleidigt mich ihr ist reich ihr seid das